Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video und zwar sind wir jetzt in Nürnberg auf der Faszination Pferd. Hier sind noch ganz viele andere coole Messen und wir schauen uns das jetzt alles mal an und nehmen euch ein bisschen mit. Das ist so geil! Guck mal was das geworden ist. Ich kann einfach nicht machen. Oh Gott! Ich kann noch eins machen. Ja. Das machen wir einfach so viele bis die anziehen fällt. Hier ist eine Tour. Banana! Dahinter haben wir noch eine Braut mit Fähre. 3, 2, 1, los! 101,7 ist die Siegelung! Ja, ich bin die Emma. Emma? Ich habe Emma und Elena jetzt hier bei dir. Hallo! Und ja, soll sie mitmachen? Oder sie? Ja, das werden die mitmachen. Vielleicht in der Mitte? Das ist so, oder die steht überall im Weg. Ja, nee. Okay. Wir hatten nämlich eben schon mal jemand diese Armbänder. Schaut. Zeigt mal eure Armbänder. Oh, schön. Ist das der Pferdename? Ja. Was ist das für ein Pferd? Ähm, Anwelsponny. Anwelsponny. Wie süß! Hallo Isa! Hallo! Wir schauen uns jetzt das Ponnyspringen an. Oh, yeah! Das ist gut auf Sie, oder was? Nein, aber nicht runterspringen! Nicht runterspringen! Guck mal, hier gibt es Aktionen. 2, 3... Ist auch eine schöne. Welche? Was ist billig? Was findest du schön? 12,90 Euro. 12,90 Euro. Ja. Die finde ich schön. Die ist schön. 64 Euro. Und 95 Cent. Das ist mir too much. Ein ganzes Buch mit Rollkuhl. Wollen wir uns bilden, Mama? Nee. Kannst du noch was lernen? Weißt du schon alles? Ja. Weißt du auch schon alles? Oh, das war reingesucht. Das ist ja geil. Hallo Cora! Wie hoch der ist? Du holst ja hier unten diesen Kamara. Den sieht er auch noch nicht. Nee, der ist mein Hauptshop nicht. Das klingt so schön. Das klingt so schön. Ega, wo heißt du denn? Lea. Lea. Hallo Lea. Hallo Lea. Und die Hände auf der linken Seite, das sind die Schlachten, die noch mit großer Hand kommen in der Wand. Danke. Danke. Guck mal, ob es was geworden ist. Oh ja, cool. Süß, oder? Ja. Hast du auch Instagram? Ja. Dann werden sie dann sehen. Okay. Cool. Also wir wollten uns auch mal wieder zeigen, weil wir die ganze Zeit noch andere Sachen gefilmt haben. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, dass das hier die Alina ist. Hi. Sie ist mein Patenkind. Und Cora ist ihr Wuffi. Also sie macht Hunde und Tiervideos. Hunde und Bärvideos. Ja, du musst aber auch sagen, wo man sie findet. Das mache ich dann. Achso. Alle Links findet ihr in der Infobox. Und ihr werdet auch noch mehr Videos von uns finden, denke ich mal an irgendwann. Und was wollen wir noch sagen? Wir haben viel Spaß. Genau, wir haben uns gerade die Pfirzügel angeguckt. Richtig süß, die Kitties sind alle verkleidet. Und wir wollten nur eine Schermaschine kaufen. Aber nur mit solchen Sachen. Und eine Pizza. Hast du denn schon schöne Sachen gekauft? Ja. Ja. Ich bin so überzeugt. Nicht so viele. Nicht so viel? Ja. Das habe ich nicht gekauft. Oh. Und jetzt mal an die Seite. Also mit dem, wir wollen nur die Pizza zu entscheiden. Also raus, die anderen. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. So, wir sind jetzt fertig mit Einkaufen, es sei denn, wir finden noch in den anderen Fachbereichen etwas. Irgendwie was Beauty-mäßiges oder so. Mama schleppt's, ich schleppe und ich werde gezogen. Aber du hast ja schon was eingekauft, was hast du denn eingekauft vorgestern? Ich habe mir ein Stimmband gekauft, mit einem Schal. Bitte schön, für dein Pferd. Ja, vorhin, die hat gesagt, ich habe mir ein Stimmband gekauft, nicht so echt, als mit Glitzer. Dann hat sie das raus und dann hat sie halt ein Stimmband für sich gekauft. Ach so. Ja, weil das ist ja bei einem Stimmband. Was ist denn Riemen da? Ich sage manchmal auch Stimmband. Echt? Ja. Also für mich. Und noch eine Biss. Schön. Also und wir wollten, haben wir jetzt wirklich nur eine Schermaschine kaufen. Aber es gab nur eine Schermaschine für 450 Euro. Und dadurch, dass ich mein Pferd nur einmal im Jahr Schere, kaufe ich keine Schermaschine für 450 Euro. Ja, danke.